Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft, aber sie verändert auch unsere Wirtschaft und nicht zuletzt unsere Arbeitswelt. Viele Menschen fragen sich, was muss heute getan werden, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute auch die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Da geht es um Qualifizierung, es geht um Weiterbildung, es geht um Zeit für Weiterbildung. Genau darüber wollen wir diskutieren am 21. November in Düsseldorf. Die Landtagsfraktion der SPD in Nordrhein-Westfalen lädt ein. Ich werde auch da sein und ich freue mich auf Sie.